So, guten Tag, ich begrüße Sie zu einem neuen Video. Morgen jährt sich der Angriff der Hamas auf Israel. Wir sehen hier gleichzeitig die Ölimporte von China aus dem Iran. Und eine Antwort zum Beispiel von Israel auf den Iran-Währe frappierend, da damit würde man nicht nur den Iran angreifen, sondern indirekt auch China. Guten Tag, mein Name ist Urban Jekle. Sie kennen mich vom Feierabendepunkt, das sind die Themen von heute. Wenn Sie kein Video mehr verpassen möchten, können Sie einfach hier unten rechts den Kanal abonnieren. Wir schauen zunächst mal auf diese Woche, da gab es verschiedene Ereignisse, die die Kurse bewegt haben. Dann schauen wir natürlich auf die Rohstoffe, wie da Öl reagiert und Ölaktien. Dann Gold verglichen mit Öl. Dann schauen wir auf Gold und Silber und natürlich auch auf Uran und wie die Aktien allgemein aussehen. So, es geht aber los. In dieser Woche gab es drei wichtige Ereignisse. Den US-Hafenstreik, dann am Freitag starke US-Wirtschaftsdaten und natürlich der Konflikt Israel gegen Iran, der alles überlagert. Zunächst mal dieser Hafenstreik, der hat angefangen am Anfang der Woche, hat die Märkte ein bisschen gedrückt und wurde dann beendet. Mit 60% mehr Lohn für die US-Hafenarbeiter in den nächsten sechs Jahren. Aber das könnte natürlich auch zu Lohninflation führen. 60% in sechs Jahren ist schon ziemlich viel. Und bei uns gibt es ja auch indirekt Geld, allerdings nicht für die Arbeiter, sondern eher für die, die nicht arbeiten. Zum Beispiel das Bürgergeld wird auch mal wieder um 1000 Euro. Gibt es irgendwelchen Zuschuss, habe ich heute in der Zeitung gelesen. Dann gibt es diese Woche auch die starke US-Wirtschaft. Gestern am Freitag kamen neue Zahlen und wir sehen hier, der Euro ging danach unter Druck, geriet unter Druck, weil die Arbeitsmarktdaten in den USA waren deutlich besser als erwartet. Die US-Wirtschaft schuf 254.000 neue Stellen, 150.000 waren erwartet worden. Der Dollar legte darauf hinzu und die US-Ökonomen erwarten nur noch eine Zinssenkung von 0,25% statt 0,5%. Das heißt, eine geringere Zinssenkung wird eingepreist. Das deutet mehr auf eine Soft-Landing und positiv, dass die US-Aktien gut reagiert haben darauf, obwohl die Zinsen vielleicht gar nicht mehr so stark gesenkt werden. Weiterhin gibt es natürlich den Konflikt Israel gegen Iran. Da schauen wir jetzt mal ganz genau darauf. Also der Iran hat ja diese Woche nochmal Israel angegriffen mit ungefähr 180 Marschflugkörpern. Da ist aber relativ wenig passiert, weil die Israelis können sich gut dagegen verteidigen. Ich bin gespannt, wenn natürlich viel, viel mehr Drohnen kommen würden. Also iranische Drohnen, die sind ja auch zum Beispiel in Ukraine eingesetzt. Wenn da, sage ich mal, nicht nur 180 Raketen kommen würden, sondern tausende Drohnen gleichzeitig, dann denke ich mir, könnte es da schon einen größeren Schaden geben. Aber zunächst mal ist das Schlimme vielleicht, oder was die Märkte bewegt, eine mögliche Antwort von Israel gegen den Iran. Wenn man zum Beispiel die iranischen Ölanlagen angreifen würde. Und da schauen wir mal auf den Ölpreis, weil der ist nämlich jetzt diese Woche mal erwacht durch diesen Konflikt. Und da gibt es auch viel Potenzial zum einen natürlich das hier, was ich am Anfang gezeigt habe. Wenn nämlich Israel den Iran angreifen würde, dann wäre auch China geschädigt, weil China mittlerweile extrem viel Öl aus dem Iran importiert. Wir sehen hier so die letzten vier Jahre seit dem Jahr 2020 haben die so von 500.000 Barrels pro Tag erhöht auf 2 Millionen Barrels pro Tag. Also jedenfalls vervierfacht. Das heißt, es wäre doppelt inflationär, wenn zum Beispiel die iranischen Ölanlagen angegriffen wären. Dann würde nicht nur der Ölpreis steigen, sondern natürlich auch speziell die Preise für China. Und dann würden die chinesischen Waren teuer. Und das wäre doppelt inflationär. Und gleichzeitig, das hatte ich ja letzte Woche im Video, die USA drücken den Ölpreis. Das haben Saudi-Arabien sogar dazu gezwungen, dass sie ihre Fördermengen erhöhen, weil sie Weltmarktanteile wieder zurückgewinnen möchten. Das hat auch eine kurzfristige Politik von Saudi-Arabien. Aber wir sehen hier, wie die USA die Ölförderung erhöht hat. Nicht nur Trump, sondern auch Biden. Und das alles hat zu einem ziemlichen Pessimismus geführt bei Öl. Wir sehen hier so viel Pessimismus wie seit 2011 nicht mehr. Die Positionierung der Fondsmanager im Ruheöl ist extrem short. Und dazu hat zum Beispiel auch beigetragen, letzte Woche die Nachricht von den Saudis, dass sie mehr fördern. Aber jetzt kommt vielleicht dieser Konflikt Israel-Iran in Schwung. Und das könnte dann doch hier einige Fondsmanager auf dem falschen Fuß erwischen. Und wir sehen auch, die Spekulanten sind hier sehr wenige. Und immer wenn die Spekulanten so wenig sind, hier unten im Blau der Commitment of Traders Report, dann waren das eher so lokale Tiefs im Ruheöl. Und hier zum Beispiel März 2023, Juni 2023 oder auch Dezember 2023 oder hier Mai, Juni 2024. Und jetzt haben wir wieder hier so ein Absagen der Spekulanten so langsam. Und das ist meistens so ein Anzeichen von einer Bodenbildung im Ruheöl. Und diese Bodenbildung sehen wir kurzfristig schon so mit so einem Doppelboden hier, der nach oben hier vollendet wurde in dieser Woche mit diesem schwellenden Konflikt. Und Buffett und Druckenmiller, die sind schon länger in Öl positioniert. Und da schauen wir jetzt mal drauf, wie die sich positionieren. Zum Beispiel Warren Buffett, der hat ja zum Beispiel Apple sehr stark reduziert. Bei Öl hat er ein wenig umgeschichtet von Chevron, was seine zweitgrößte Position immer noch ist, nach Occidental Petroleum. Und da schauen wir mal auf beide drauf. Hier zum Beispiel Chevron, da sehen wir, dass die eine Dividendenrendite im Moment bringt von 4%. Und die hat steigende Gewinne vor sich. Das ist so ein Basis-Investment in Ölaktien. Da ist Warren Buffett halt drin aus diesen Gründen. Und gleichzeitig hat er in Occidental Petroleum seine strategische Position da deutlich erhöht. Da ist er schon länger drin. Hier ist die Dividendenrendite ein bisschen kleiner. Das ist etwas eine spekulativere Position. Aber wir sehen, dass sie fundamental gut bewertet ist. Dann schauen wir auf Stanley Druckenmiller. Der ist ein bisschen so ein mehr Momentum-Investor, so etwas mehr wie das Firearm-Depot. Und er hat im zweiten Quartal die Aktie von Kindermorgen, eine Pipeline-Transportation-Firma. Die hat er um 74% erhöht im zweiten Quartal. Da schauen wir jetzt mal drauf auf Kindermorgen. Wir sehen diesen Momentum-Anstieg. Das ist halt so ein Grund, warum Warren Buffett kauft. Und gleichzeitig ist sie fundamental noch gut bewertet. Hat eine Dividendenrendite von 5%. Aber Achtung für deutsche Anleger, diese Dividende. Da bekommt man zum Teil 15% Quellensteuer, muss man da zahlen, auf die Dividende. Das heißt, da wäre dann ungefähr so ein halbes oder ein halbes Prozent von dieser Dividende. Weniger, das muss man wissen. Ich habe die Aktie jetzt mal trotzdem zu einem kleinen Teil gekauft. Und habe auch Exxon Mobile hier erhöht. Das ist im Moment so meine größte Position. Die ist ähnlich wie Chefon. Chefon haben eine große Dividendenrendite. Da wir sehen, die haben eine bessere Performance in letzter Zeit. Das heißt, ein Momentum und steigende Gewinne voraus. Und ich persönlich habe jetzt ein paar Gold- und Silberminen etwas reduziert. Ich habe da immer noch große Positionen. Equinox, Panamerican, Silver und Newmont. Und habe die Ölaktien jetzt etwas ausgebaut. Und warum ich das gemacht habe, das zeige ich in den nächsten Charts. Hier sehen wir erstmal Exxon Mobile. Das jetzt an den Hochs kratzt. Und kurz davor ist, hier nach oben auszubrechen. Trotzdem negativen Ölpreis die letzten Jahre. Und wenn jetzt der Ölpreis steigen würde, würden die natürlich auch profitieren. Und die sind niedrig bewertet. Aber insbesondere habe ich diese Umschichtung jetzt gemacht von einem Teil. Ich bin immer noch sehr bullish in Gold. Und habe auch physisches Gold. Schauen wir jetzt mal drauf. Also physisches Gold, das wollte ich noch sagen. Zum Beispiel bei der Degussa Bank in Frankfurt. Da kann man zum Beispiel auch sein Gold in Schließfächer lagern. Und die sind etwas offener, mehr zugewandt dem Privatanleger als andere Banken. Weil die eine lange Tradition in physischem Gold haben. Jedenfalls, ich habe halt genügend Gold. Und habe deswegen in den Goldminen jetzt etwas reduziert. Weil wir sehen, dass halt Gold schon sehr stark gelaufen ist. Traditionell lief das eigentlich immer so parallel zum Öl. Jetzt sehen wir halt eine riesige Schere. Gold bei fast 2700 Dollar. Und Öl hat korrigiert eher so Richtung 60 Dollar. Und die Goldminen, die sehen wir auch in einem schönen Aufwärtstrend. Aber der ist erstmal oben abgeprallt. Zum S&P 500 auch noch ein Aufwärtstrend. Aber wir werden sehen, ob der hält. Und zum Gold, ja, so ein bisschen seitwärts, aufwärts. Also schon noch alles positiv. Aber wenn wir mal auf das Gold selber schauen, auf das Silber. Dann sehen wir, dass es da im Moment so ein paar Bremsen gibt. Die darauf hindeuten können, dass wir da schon relativ hoch sind im Moment. Zum einen hier die spekulanten Produzenten im Commitment of Traders Report. Wir sehen hier, dass wir im, es leider hier verdeckt. Aber wir sind hier an einem ziemlichen lokalen Hoch. Auch bei den Spekulanten, da ist immer genau symmetrisch bei den Produzenten. Also das kann man sich hier einfach umgedreht vorstellen. Und wenn wir so ein lokales Hoch haben, viele Spekulanten, dann sind das eher Market-Hoch. Wie zum Beispiel hier erstes Quartal 2022, wo wir sehr viele Spekulanten hatten. Und auch hier zweites Quartal 2023. Das bremst tendenziell den Markt. Wir haben das jetzt hier schon viele Wochen. Es ging natürlich trotzdem immer noch höher. Kann auch weiter höher gehen. Aber ich habe jetzt da mal ein paar Gewinne mitgenommen. Die Aktien sind ja hier auch schon sehr schön gelaufen. Mit teilweise 20, 30 Prozent in diesem Jahr. Und auch die Saisonalität im Gold sieht halt die nächsten zwei Monate nicht so gut aus. Bevor es dann im Dezember bis Januar in den Februar rein richtig gut aussieht im Gold. Und dann kann man zur Note auch wieder Goldminen nachkaufen. Beim Silber sieht es ähnlich aus wie beim Gold. Zum einen haben wir hier sehr viele spekulative Positionen im Commitment of Traders Report. Und wir sehen, immer wenn so viele Spekulanten long waren, waren das eher lokale Hochs. Also wir sehen das hier im März 2022. Dann hier Anfang 2023. Wie das dann immer so lokale Hochs waren. Wo auch die Blauen, also die Spekulanten, sehr long waren. Und auch beim Silber haben wir so eine Seitwärtssaisonalität vor uns. Bevor es dann im Dezember und Januar wieder deutlich besser aussieht. Dann kommen wir noch zu einem meiner Lieblingsrohstoffe, dem Uran. Und Uran natürlich mit dem steigenden Ölpreis hat es sich auch wieder gefangen. Aber Uran ist deutlich volatiler als das Öl. Aber wir schauen jetzt da mal drauf, was da in letzter Zeit los war. Wir sehen insgesamt einen schönen Aufwärtstrend in den Uran-Aktien. Aber die kamen ab Mai ziemlich unter Druck. Also von Mai bis hier im August sehen wir von 34 bis 24. Das sind ja ungefähr die 30 Prozent, die die Uran-Aktien hier eingebüßt haben. Also eine extreme Volatilität. Und das Tief war hier Anfang August mit dieser Auflösung des japanischen Carry Trades. Wo halt mehrere Sachen gleichzeitig waren. Ich erinnere nochmal da dran. Da war Warren Buffett, der veröffentlicht hat, dass er seine Apple-Aktien reduziert hat an dem Samstag. Dann hat Nvidia davor gewarnt, dass sie einen neuen Chip verschieben müssen. Und gleichzeitig waren da die Wirtschaftsdaten in den USA noch schlecht. Und dann gab es diese Auflösung von dem Yen Carry Trade, weil dann plötzlich Geld nach Japan geflossen ist aus dem US-Dollar-Raum. Und das hat dann einige Aktien nach unten gerissen und auch die Uran-Aktien. Aber das war hier so der erste Peak nach unten von so einem Doppelboden W. Und jetzt kam der Ausbruch nach oben mit dem Datencenter. Das Three Mile Island wird jetzt aufgerüstet in ein... Also dieser Reaktor wird reaktiviert und wird ein Datencenter von Microsoft mit Strom versorgen. Und zwar für Jahre und Jahrzehnte. Und das hat dazu beigetragen, dass die Uran-Aktien hier wieder hochgekommen sind. Und das ist nicht nur eine Eintagsfliege, sondern das wird jetzt vielfach diskutiert, dass die Datencenter überall am Start sind. Auch Google ist da jetzt mittlerweile dabei. Und Japan restartet auch wieder viele Reaktoren. Japan war ja damals, gab es die Fukushima-Katastrophe. Und die restarten ziemlich viel, weil sie einfach abhängig sind von dieser Energie. Und auch die größten Banken, zum Beispiel, das sieht man hier unten, Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs, unterstützen jetzt immer mehr Investitionen in Kernkraft. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die die Uran-Aktien mittelfristig weiter antreiben sollte. Sie müssen aber immer dabei bedenken, diese hohe Volatilität. So, zum Schluss schauen wir noch auf Aktienindikatoren aktuell allgemein. Und wie ist denn die Lage für Aktien insgesamt? Und da ist ein wichtiger Indikator, die Advanced, die Kleinlinie. Der zeigt die Marktbreite an. Das heißt, oben sehen wir im Endeffekt, wie der breite Markt sich verhält. Und da sehen wir, dass der breite Markt im Moment schön steigt. Also die Advanced, die Kleinlinie. Da werden jeden Tag die steigenden Aktien durch die fallenden dividiert. Und wir sehen, wir haben hier einen schönen Anstieg nach oben. Und unten haben wir einen S&P 500, der geht auch Richtung Allzeithoch, oder ist auf dem Allzeithoch. Und wir sehen hier, Ende 2021 gab es hier ein Warnsignal. Weil die Marktbreite ist gefallen, während der S&P 500 noch ein neues Hoch gemacht hat. Es war so eine Divergenz und danach ist der S&P 500 auch gefallen. Im Moment haben wir das aber nicht, sondern wir haben eine sehr starke Marktbreite. Und diese Divergenz, die hatten wir auch damals 2007. Wir sehen hier, der S&P hat neue Hochs gemacht. Und die Advanced, die Kleinlinie ist schon vor dem S&P gefallen. Und dann hat sich der S&P halbiert, hier innerhalb von zwei Jahren. Bevor er dann wieder angestiegen ist. Und noch extremer war es damals, 1998. Dieser legendäre Jens-Ehrhard-Peak, sage ich mal, in der Advanced, die Kleinlinie, wo dieser Fondsmanager Jens-Ehrhard hier angefangen hat, die Aktien zu verkaufen. Weil einfach die Marktbreite nicht mehr da war. Das war aber zwei Jahre lang war diese Marktbreite nicht da. Also die Aktien sind immer noch gestiegen. Wenige Aktien, wie zum Beispiel Cisco Systems oder Nokia, die sind hier noch gestiegen. Haben die Märkte immer auf weitere Hochs gebracht. Bevor dann dieser jähe Rückgang kam. Das war halt auch diese Internet-Bubble. Also die Advanced, die Kleinlinie zu beobachten, ist wichtig. Die sieht im Moment eigentlich ganz gut aus. Dann, was ich auch immer schaue, sind die Fondsmanager, wie die positioniert sind. Wenn die extrem Bullish sind, dann sind das meistens so lokale Hochs. Im S&P 500 zum Beispiel hier. Im April war das oder im Juli dieses Jahr. Da waren die höher positioniert als jetzt. Jetzt sind die Märkte auf dem neuen Hoch. Aber die Fondsmanager sind relativ moderat optimistisch positioniert. Das heißt, hier gibt es eigentlich keinen Grund, dass man einen Crash direkt annimmt. Und Sentiment Trader ist ein extrem guter Analyst. Er hat diesen Chart gepostet. Wie der genau berechnet wird, das kann ich auch nicht sagen. Es ist ein Panic-Euphoria-Model. Und er sagt, dass dieses Panic-Euphorie-Modell eher hier ist. Das heißt, es ist im Moment noch nicht so viel Euphorie im Markt, als dass es gefährlich sein konnte. Und er sieht hier einen mittelfristigen Bullenmarkt, der weiterhin intakt ist. Dann noch eine Aktie, die ich mehrmals besprochen habe. Das wollte ich mal feiern einfach. Die Palanty-Aktie. Die hat jetzt die 40 Euro geknackt. Und ich bleibe da weiterhin investiert. Weil das ist eine Aktie, natürlich ist die auch hoch bewertet. Aber die hat wirklich einen sogenannten Burggraben. Weil die einfach Sicherheitstechnologie macht seit vielen Jahren und Jahrzehnten. Und kommt im Endeffekt abgeleitet oder in Zusammenarbeit mit dem US-Geheimdienst CIA. Und die ist natürlich nicht nur für die US-Regierung wichtig, sondern macht im Moment richtig gutes Business. Indem sie Firmen dazu bringt, mit künstlicher Intelligenz zu wachsen. Und die Firmen damit begleitet. Und sie macht einfach jetzt einen ziemlich starken Umsatzanstieg. Und wir sehen auch, diese Aktie, die wird auch gefeiert. Hier gab es früher ein Forum von dem Silberscrease in Reddit. Und da gibt es jetzt ein Forum zum Beispiel für Palantir. Das heißt, Palantir ist auch eher so eine Aktie, die eine starke Community hat. Und die im Endeffekt von Privatanlegern nach oben gebracht wurde. Oder die auch viel Geduld haben mussten zwischen 2021 und 2023. Bis sie jetzt endlich richtig feiern konnten. Das wollte ich hier auch mal sagen. Ganz zum Schluss noch der Hinweis auf meine zwei Angebote, die nach dem Anlegertag Düsseldorf gestartet worden sind. Die laufen noch bis zum 8.10. Einmal das Feierabenddepot. Das kann man einen Monat für einen Euro testen. Danach für 39 Euro statt 49. Das ist die Live-Performance, die ich gehandelt habe. Und dann den Optionskurs. Da gibt es 20% Rabatt mit dem Rabattcode WHS. Beide Angebote finden Sie unter dem Video. Hier können Sie mit wenig Zeitaufwand meine Optionsstrategien umsetzen. 1 zu 1 auch im Paper Trading. Und dieses Ergebnis habe ich in zwei Jahren geschafft. Also fast das Konto verdoppelt. So, dann komme ich jetzt zur Zusammenfassung dieses Videos. Es gab einige Ereignisse diese Woche, die am Anfang den Markt belastet haben. Aber die Börsen haben sich ziemlich robust gezeigt. Und wenn wir die Aktienindikatoren insgesamt im Moment betrachten, dann sieht das eigentlich positiv aus. Der Ölpreis, der ist erwacht mit den Spannungen. Und Öl, da gibt es eine extrem negative Positionierung. Und Fondsmanager wie Buffett und Druckenmiller, die jahrelange Profis, die sind in den Ölaktien einigermaßen long positioniert. Und da habe ich jetzt meine Positionen auch etwas aufgestockt. Etwas reduziert habe ich in Goldminen. Weil ich da kurzfristig einfach so eine kleine Bremse sehe, sowohl beim Gold und beim Silber. Mittelfristig aufgrund von diesen großen, vielen Geldmengen und Entwicklungen, wie zum Beispiel in China, dass die neues Geld in die Märkte schieben. Oder auch in den USA die Zinssenkung, bin ich natürlich weiter optimistisch für Gold und Silber. Beim Uran gibt es starke Schwankungen. Und hier hat sich der Markt aber auch wieder erholt. Und die langfristigen Aussichten sehe ich hier ebenfalls eher positiv. Aber wie gesagt, es ist ein Markt mit hohen Schwankungen. So, dann bin ich am Ende angelangt. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wie immer zum Schluss der Haftungsausschluss. Ich kann Aktien halten, die ich hier gezeigt habe. Alles ist nur zu Ausbildungszwecken. Ich kenne natürlich nicht Ihre persönliche Situation. Und Sie handeln wie immer auf eigenes Risiko. So, dann bedanke ich mich nochmal. Wünsche Ihnen einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal.